Das ist Julia. Sie mag ihren Hals. Die Konturen sind straff, die Haut schön. Damit das lange so bleibt, will sie vorsorgen. Das gelingt ihr mit der Beautygen Renew Neck Cream. Der dünnen Haut am Hals fehlt es an Binde und Fettgewebe. Deshalb sieht sie schnell faltig aus. Um dieses Manko auszugleichen, hat Dr. Grandel nach Wirkstoffen gesucht und sie gefunden. Edelweiß-Extrakt verbessert nachweislich die Spannkraft der Haut. Und ein Extrakt des Tara-Strauchs stützt die Halspartie wie eine zweite Haut. Die Halscreme sorgt für eine feste V-Kontur, schenkt neue Spannkraft im Kinnbereich und strafft die Halspartie. Beautygen Renew Neck Cream stützt den Hals wie eine zweite unsichtbare Haut. Dr. Grandel – Perfektion, die berührt.